Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr schon im Titel seht, geht es heute um die Vapor. Hier ist meine Klasse, ich hab die Vapor mit Schalldämpfer, Schnellfeuer, Schnelles Magazin, Schaft, Steam-Innexion, Kugelsierweste und Gewahnheit gespielt. Ja Leute, warum hab ich die Waffe so gespielt? Ganz einfach, ich hab die Waffe, wie ihr seht, ich hab sie Level 9, ich hab sie prestiget, hab sie aber dann nie mehr gezockt. Und deswegen hab ich nur die Aufsätze gehabt, jetzt hab ich mittlerweile schon LV, aber ich hab bei diesem Gameplay kein LV gespielt. Ihr interessiert heute auf jeden Fall ein richtig krasses Gameplay mit der Waffe. Das war auch meine erste Runde mit der Waffe, seit längerem wieder. Ich weiß jetzt nicht, wie ich euch das beweisen kann, dass es meine erste Runde war, aber es war im Livestream, könnt ihr nachschauen. Oder war das? Nein, das war vor dem Livestream sogar, das könnt ihr nicht nachschauen, aber es war wirklich meine erste Runde mit der Waffe. Ich hab sie so ausgepackt, so gespielt und hab direkt, bin ich dann so geil abgegangen. Seid auf jeden Fall gespannt, ob ich mit der Waffe die Double Nuclear geschafft hab. Ähm, lasst ein Like und ein Abo da, wir sind auf einem guten Weg zu den 900 Abonnenten. Und da würde ich sagen, let's go mit dem Video. Ich denke, Leute, in jeder Runde ist immer schon okay. Erledigt. Anton, ich will mich auch noch konzentrieren können. Ja, da ist ein. Kommando. Revive ist ohne Einsatz. Ja. Schau, Nuke, schau dir die Keycam bitte an. Schau dir die Keycam. Er hat 100 Milliarden, das ist jetzt mit dem Links. Erledigt. Übernehmend, Nachnamen. Wir drogen, Nachion. Zorro vermichtet. Nie wieder werde ich dir in Stumm. Verkontzer Drohne ist bei 50%. Verkontzer Drohne eingefroren. Drohne bereit. Drohne in der Verstattung überwachtungsoperationen. Nö. Einiger kann loslegen. Reininger ist heiß. Ah, ist gecleared. Okay, doch nicht. Warum da immer noch einer gespawnt ist. Komm mal zu Red. Ja, ich komm zu Red. Jetzt bin ich bei Red mit Firebreak. Jetzt bin ich durch. Ja, ich dachte, das war ein Meer, also. Munition brauche ich. Ich habe nichts. Reaktor Kernaktiv. Hey, wieso habt die Nukes mich eigentlich geschmiert? Was habe ich gemacht? Ich habe dich nicht gemuted. Achso, ah, ich dachte. Das war Lockdownex. Verkaut mich nicht gleich Parkinson auf. Ich habe meat hier und spiele Freude zu der, ihr kapiert mich nicht zusammen. Der Name ist zu Ende. Änd Covid einzusetzen. Kämpft bis zum letzten Atemzug. Er devenir Position zurück. Natürlich war... Ich bin auf 16er Streak mit Vapor. Aber Digga, ich spiel grad Vapor, weil ich die Prestigestab mal ohne Visier. Das ist richtig belastend eigentlich. Wirklich. Ziel erledigt. Konterdrohne bereit. A wird gesichert. Ich bräuchte Muni, wenn wer hat. Hat wer Muni? Können wir B einnehmen? Ich bin auf Streak, ich bin auf Streak, Handwer zu B. Okay, ich geh weg von B. Ich war allein auf B. Ich schuld mich, ich schuld mich. Ich bin auf 20er, nehmt A ein, Leute, nehmt A ein. Die Drohne in der Luft. Die Konterdrohne ist fertig. Digga, VMP ist ja absolut, wenn man erstmal die ganze Zeit im Magazin-Arbeitung spielt. Könnt ihr Ziel einnehmen? Das wär wichtig. Danke. Ah, schade, ich hab die Munition nicht bekommen. Spawn jetzt auf A wahrscheinlich. Warum ist er einfach gestorben? Du hast einfach nicht gestorben gegangen, Digga. 2K, Shano. Feinde einzeln erschaffen. Alpha wird gesichert. Ich brauch Hilfe bei A. Oh mein Gott, wie viel sind da? Bei B, komm zu B. Ey, ich bin alleine bei A gewesen. Weil die anderen Teame ist irgendwie... bisschen mehr schockt. Total. Ey, ich spiel nie wieder vorm Team mit Schalldämpfer. Hä, mit Schalldämpfer steh ich sogar besser. Ja, aber... Wie ist einer? Ich bin nicht dran gewohnt, ohne mal Kienarbeit rumzuspielen. Okay. Lass sie, lass sie, rechts, lass sie, rechts, lass sie, rechts. Lass sie, lass sie. Lass sie, lass sie, was hier spawnt, bitte. Lass sie, lass sie, rechts... 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 Jetzt вижу einen Kaffee noch... Lass sie, rechts... Lass sie... Lass sie, rechts... ...Ber Supermarkt hat geöffnet. Ich hab nuklear mit Vapor, ja mit Vapor, erste Runde mit Vapor gespielt. Ja das Ding ist, ich hab dann zum Schluss ein bisschen V&P gespielt, weil ich keine Muni hatte mehr mit Vapor, aber egal, Hauptsache war es mit Vapor. Ja, erste Runde mit Vapor, direkt eine Nuke mit der geilen Waffe, ohne Visier sogar. Ich mag die, früher war das meine Lieblingsaffäre. Ja, probier's die mal so aus wie ich sie spiel, ich find die gar nicht so schlecht mit Shilohm war. Ja, ich spiel die auch mit Shilohm. Ich hab keine Muni mehr. Wir müssen was einnehmen. Ja, lass A einnehmen oder was? Ja. Ja. Okay, dann geh ich auf A mit dir. Maid, natürlich läuft weiter links, weil er kann nicht auf E line. Du musst nie Muni hin. Digga. Haltet die Stelle ab. Warte. Ich muss... Wer zuerst kommt mal zuerst. Digga, ich hab selbst Muni und trage da Muni hat, Digga. Okay, ich hab jetzt... Endlich die Demon aufpacken, meinst du? Oh, was? Der hat mich doch zum Bus gewollt, denn... ...kann dich, wir verlieren Alpha. Bereit zu strahlen. Der Sieg gehört fast uns. Habt ihr die bei C, geht mal zu C rein bitte, Leute. Wir verlieren A. Wir verlieren A. Vorne hier, oder? Ja. Ja, vor dem, oder? Ja, ja. Ich bin auf Strupulos nochmal. Könnt ihr gönnen? Ja. Geht mal alle rüber zu C, ich bleib bei allein bei A. Ja, bin ich. Weil ich nicht lieber rüberkomme. Nein. Jetzt pack ich denen. Windlohn neutralisiert. Atmos, Lutra hat gesagt, ganz schnell rüber zu C. Jetzt bitte rüber zu C, richtig fett rein. Und hier sind alle rein, alle rein. Das ist doch schon scharfer. Aber wir können überlassen, dann lass es vielleicht noch weg wollen. Ich brauche Muni. Ich brauche Muni. Ja, komm her. Flo, Flo. Hier. Flo, Flo. Hier. Oh, Goyner. MADE geht rüber leider. Lass sie, lass sie, lass sie. Geht rüber wieder. Wo kann draußen scheinen Flo? Was hast du getan?! Oh nein! Eins vor Doppel!